Wieso kann ich das eigentlich nicht bearbeiten? Das ist allerdings merkwürdig. Fährt mir keiner mehr so auf. Ich hätte vielleicht die Sachen hier nicht reinstellen sollen. Es muss ja irgendwas sein, was jetzt hier gerade mega schief geht. Ich will das nicht alles nochmal bauen müssen. Ich will es einfach nicht. Kann ich das hier nicht verschieben, wegnehmen, wegreißen? Öh, kann ich nicht. Wenn ich jetzt wieder löschen drücke, dann reißen die hier wieder alles ab. Blöd. Blöd. Das kann damit ja nichts zu tun haben. Sonst, äh... Ja, vielleicht doch. Ob ich den Koch einfach mal neue herstellen lasse? Neue Teile. Mach mal davon einen neuen. Davon einen neuen. Davon einen neuen. Macht er das jetzt? Beim Herstellen. Dam, dam, dam. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es damit zusammenhängt. Das wäre schon sehr komisch. Fahr mal Level 4. Oh, Level 4 ist die schon. Oh Gott. Die levelt ja wohl. Hulle. Ach, das war der Arm. Das sah aus, als wenn da irgendwie ein Vieh rumrennt. Und kein Nünsche. Wo ist er denn? Der Herr Koch. Der Herr Koch. Lohan, da ist er. Was macht denn der jetzt? Wir verfolgen den mal. Guck, was er anstellt. Blümchen. Ähm. Okay, theoretisch ist er fertig. Machen die jetzt hier was? Nö. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Verstehe nicht, wo das Problem ist. Und die Sachen haben sie auch noch gar nicht hingestellt. Davon mal ganz abgesehen. Hm. Ich finde das gerade ein bisschen blöd. Weil ich nicht weiß, wo das Problem ist. Ich, ich, ich sehe es einfach nicht. Die kommen doch überall ran. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Da-dam, da-da-dam. Ich verstehe euch nicht. Baut doch einfach weiter. Meine Freunde, baut doch weiter. Meine Freunde, tut es jetzt. Meine Freunde, es macht euch weiter. Denn die Arbeit macht doch fetzige Musik. Ich verstehe euch nicht. Ich glaube, die kommen hier nicht hin. Glaube ich. Ja, aber was soll ich denn da machen? Vor allem hat das doch vorher geklappt. Warum klappt das denn jetzt nicht? Spinnt ihr? Hm. Vor allem kann ich den Arbeitsauftrag, ich, ich könnte das ganze Haus nochmal abreißen. Aber... Ja, da ist auch gar nichts drin, wenn ich das richtig sehe. Wie sieht das denn hier hinten aus? Da ist auch nichts drin. Norm. Norm, mein Freund. Es gibt weitere spezielle Farben. Wie nur dieses Blau, sondern auch in Rot immer noch. Hm. Kann ich hier eigentlich jetzt ein Fenster einsetzen? Wenn... Wenn... Geht das? Machen die das? Kann man das inzwischen machen? Ich weiß es nicht. Bum, bum, bum. Da, 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 da. Hm. Bin ich ja mal gespannt. Kommt da jetzt jemand an mit dem... Tatsächlich. Ne. Die Bonn ist da jetzt nicht wirklich ein. Wenn doch, fange ich an zu heulen. Das... Das wäre so schön. Pff. Warte, dann würde das... Viele Sachen ändern. Tadadam. Ähm. Ne. Man muss das schon... So machen. Sonst geht das nicht. Guck mal, das ist da wirklich drinne. Da fällst du vom Glauben ab. Wie ungefähr, dass diese Küche nicht steht. Da fällst du auch vom Glauben ab. Kommt, komm, komm, kommen die jetzt wirklich mit den beiden Fenstern? Er ist voll fröhlich. Finde ich voll niedlich. Tim. Tim. Wir beobachten sie mal. Mal gucken, was passiert. Da la 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 la. Wie fröhlich ist er denn? Ich bin so fröhlich, ja. Ich habe einen Job. Den finde ich top. Und deswegen baue ich jetzt das Fenster. Nicht rein, weil ich müde bin. Ich gehe ins Bett. Ah, ha, 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 der Drehwerk ist so blöd. Der glaubt wirklich, ich baue das, was er will. Ja, habe ich gedacht. Kurzzeitig. Ein Spinner, ey. Ich weiß nicht, was das soll. Ich schwimme hier im Atoll. Und komme nicht mehr herunter. Er ist fast gesagt von Gunter. Aber von dem komme ich immer runter. Gunter ist nämlich doof. Warte mal, was ist denn, wenn ich... Kann ich... ...da eine Leiter hinmachen? Vielleicht bauen die dann weiter. Bau doch mal eine Leiter. Vielleicht bauen wir dann weiter. Bambadadadadam. Naja. Vielleicht aber auch nicht. Mädels. Was ist denn los? Ich verstehe es nicht. Was wollt ihr denn? Ma-oh-am. Ich verstöße es nicht. Nö, das ist mir gerade so hoch hier. Tägliches Update. Wir haben nicht genug Essen. Ich verstehe es nicht. Ich kann hier aber auch nichts mehr... Das finde ich ein bisschen doof, dass ich die Sache nicht wieder entfernen kann. Ich bin ja kurz davor, das doch nochmal zu laden und die Mühle nochmal neu hinzubauen. Das mit der Mühle war einfacher zu klären. Verstehe. Normalerweise bauen die ja mal von unten nach oben. Das heißt, es müsste ja unten irgendwo einen Stein geben, den die nicht setzen können. Weswegen die oben nicht weiter bauen. Aber ich sehe es halt nicht. Ich sehe es nicht. Nö, ist ja auch nichts Neues, dass du nichts siehst. Klappe. Ist das vielleicht hier mit irgendwas zu tun? Oder hier mit? Oder damit? Oder kommt ihr? Hier nicht weiter. Ich habe doch keinen... Redet doch mit mir. Ich habe ja gleich wieder so viele Leitern stehen. Aber ich sehe auch nichts. Da ist alles da. Der Stein fehlt hier. Da kann doch jetzt nicht nur an diesen einen Stein liegen. Ich kann hier einfach mal einen reinsetzen. Okay. Sollte vielleicht die richtige Farbe haben. Äh, ja. Okay. Gar nicht so einfach mit der richtigen Farbe. Habe ich denn da benutzt? Egal. Doch, baue es. Los, mach da mal was hin. Ich will das jetzt wissen. Dass dieser eine Stein ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Mich wundert sowieso, dass der Stein überhaupt fehlt. So, fertig. Oh, der eine Stein war es nicht. Oh, das können wir wieder mitnehmen. Glaub ich. Verstehe ich nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ach, jetzt. Geh doch mal runter da. Das ist die Kameraführung. Ach, das mit der Kamera müssen die echt noch ändern. Dass man die vernünftig ausrichten kann. Das sind halt Tische. Aber das kann ja damit nichts zu tun haben. Das hat ja vorher auch alles geklappt. Ich bin echt kurz davor, den Spielstand neu zu laden. Alter. Aber dann wäre halt vieles weg, was jetzt da ist. Oder ob ich das Gebäude hier nochmal abreiße und neu baue. Ich weiß einfach nicht, wo das Problem ist. Ich habe auch keine Lust. Komm. Ich, warte. Warte, warte. Halte das Gebäude. Ähm. Ich werde das jetzt einmal speichern. Neuer Spielstand. So. Und dann werde ich das mal abreißen und werde das nochmal neu aufbauen. Löschen. Entferne dem Mist. So. Und dann werden wir hier mal die ganzen Dinger abreißen. Ich werde warten, bis alles, was hier rumliegt, weggebracht wurde. Und dann versuchen wir es nochmal. Dann aber im Zeitraffer. kommt auch weg. Das kommt weg. Händler nähert sich eurer Stadt. Sieben große Kisten gegen zwei dekorierte. Nö. Spitzu. So toll sind deine Vasen auch nicht. Junge. Was ist das denn hier? Was ist das denn? Ich habe heute noch ein Stein. Löschen. Fände die Mist. Vielleicht war auch das Problem, dass ich den Schornstein noch drauf hatte. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. So. Küche. Köche. Werde ich die mal hier ein bisschen besser ausrichten. So. Wenn fände nicht mal die Leiter da weggenommen wird. Dann werde ich mal den Stein da einsetzen. Das ist die falsche Farbe. Nein. Du sollst den da wegmachen. Was habe ich den da genommen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So. Werde ich diese Dinger hier auch wieder entfernen. Kann ich weg. 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 Die will ich ja später da rein tun. Wäre zwar besser gewesen, wenn die währenddessen dahin kommen. Barbar, darum sichern. Küche. So. Moment. Habe ich da jetzt eigentlich drei verschiedene Küchen drin? Theoretisch ja. Hühle? Nö. Ich spreche das immer nur in der Küche. Na gut. Ähm. Könnt ihr die Leiter hier mal wegnehmen? Wie war denn der Befehl noch? Äh. Weiß nicht. Steuerung C. Destroy? 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 Weg. So. Kann man die weg ist? Was ist hier mit den Lampen? Haben wir da keine mehr von? Warum baut er die nicht automatisch nach? Spinnt der? Tue es. So. Und dann werden wir das Haus jetzt nochmal bauen. Wie gesagt, ich mache das mal im Schnelldurchlauf. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ehm. F did ya? Uffra? Uffra? Das zuih.